Matthias Plachter, der steht jetzt für uns bereit, kann mich hören, nehme ich mal an. 20 Minuten gespielt, Matthias, nach langer Verletzungspause wieder mit dabei. Zunächst mal, wie fühlt es sich an für Sie auf dem Eis? Gut. Hätte man nicht anders erwartet. Also wieder topfit. Was halten Sie vom Spiel bislang? Ja, ich glaube, es ist ein schnelles, intensives Spiel. Auf was gilt es zu achten? Krefeld verlegt sich sehr auf die Defensive, wartet immer wieder auf Breakaways, auf schnelle Konter. Ist gefährlich. Ja, natürlich sind sie gefährlich, aber ich glaube, die andere Mannschaft, die gegen die spielt, ist auch gefährlich. Deswegen konzentrieren wir uns einfach auf uns. Definitiv. Bill Stewart hat uns vor dem Spiel verraten, dass sie mehr Schüsse aufs Tor bringen wollen. Wir haben nachgezählt. Es hat bis jetzt gut geklappt. Ja, soll so weitergehen. Ja, genau. Dankeschön, Matthias Plachter. Ciao.